Das ist so bescheuert. Warum haben wir da keinen Mechanismus? Add disabled, enabled Wir könnten folgendes machen. Wir können noch invisible machen. Einfach damit wir irgendwas haben. Probieren wir das mal mit visible. Das ist jetzt irgendwie keine schöne Lösung. Irgendwie braucht es dringend noch einen Mechanismus, um das grafisch auch darzustellen. So, jetzt sind die erstmal alle nicht da. In dem Moment, wo wir Invisible Schauen wir uns jetzt mal an, was passiert. In dem Moment, wo wir einen selektieren, taucht dieser Button auf. In dem Moment, wo wir wieder deselektieren, verschwindet der Add-Button. Großes Kino. So will ich das haben. In dem Moment, wo wir Add drücken, muss das hier rüber. So, gut. Probieren wir das mal. Implementieren wir mal die Funktionalität von Add. Add-Button und Click. Ach, Click heißt das noch. Left-Mouse-Click. Ja, natürlich Left-Mouse. Sender EventArcs. So, das ist ganz einfach. Wir fügen dementsprechend diesen Eintrag wohin denn ein? Das ist die Frage. Wenn wir auf der rechten Seite ... Habt eine Idee. Okay. Also, wir holen uns erst mal den Resource-Pack aus der Liste raus und das ergibt sich aus Loaded... Nein. Wie heißt die Liste? Loaded Packs. Doch. Loaded... Die gibt es an der Stelle aber noch nicht. Wenn wir die Listen zuerst machen und die Buttons dann implementieren... Ja, ist ja gut. Die Buttons zuletzt, weil die Funktionalität auf diese Listen zurückgreift. Naja. Oh, es gibt einen Live-Coding-TV-Account, der Okta Awesome heißt. Das ist cool. Wer könnte das denn sein? Jetzt wird es ganz skurril. Jetzt haben wir natürlich... Ich lasse die Button-Deklaration oben. Aber die Implementierung der Funktionalität unten. Wir müssen das ein bisschen schöner machen. Das gefällt mir noch nicht. Add-Button. Klick. Left-Klick. So brauchen wir das. Sender Empfänger. Äh, Sender Event. Entschuldigung. So, und hier drinnen wollten wir was tun. Erst mal den Resource-Pack laden. Und das ergibt sich aus Loaded-Pack-List-Selected-Item. Dann haben wir den Pack. Dann können wir den eigentlich schon mal entfernen. Items.Remove-Pack. Und dann fügen wir den ein. Und jetzt die Frage, if, ähm, Active Packs. Achso, das ist aber die Liste. Jetzt muss man aufpassen. Ich füge das erst mal ans Ende an. Ähm, Active Packs-List-Items. Add-Pack. Und dann haben wir auch noch die Active Packs. Dann ist die Frage, ob wir diese Liste parallel führen sollen, weil diese hier ist ja im Prinzip gleichwertig. Die ist ja auch eine Liste of Resource-Packs. Okay, also diese Active Liste da, die wäre ich, würde ich mal, glaube ich, doch nochmal entfernen. Weil bisher brauchen wir die nicht. Und ich dachte, wir brauchen sie, um zu managen, ähm, wie das Ganze vor sich geht. Aber das macht überhaupt gar nichts, weil Items, die Items-Liste unseres Controls ist quasi gleichwertig mit der ganzen Geschichte. Oh, Octo Awesome folgt mir jetzt auch. Das ist sehr großartig. Grüße an Octo Awesome. Ähm, so. Dann haben wir das hier eingefügt und damit ist das hier eigentlich auch schon erledigt. Ist der true? Versuchen wir das mal. Sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Das ist das, was passieren sollte. Dann machen wir das Ganze mit dem Remove-Button auch noch. Was übrigens hier können wir an der Stelle mal kurz Horizontal Alignment und Stretch auf voller Größe und das Text, Vertical Text Alignment wäre dann Left. So. Nein, ich bottom. Achso, Vertical. Entschuldigung. Horizontal Alignment wäre dann Left. So, dann ist das auch ein bisschen schöner. So. Dann sind die volle Breite und links orientiert. Das ist auch schön. Schöner auf jeden Fall. Jep. Und auf die volle Breite. Wunderbar. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Ja. So, dann machen wir das selber auch für die andere Seite. Active Packs List Selection Changed. Da gehen wir im Prinzip genauso vor wie bei dem anderen auch. Handled und Visibility die vom Button wird abhängig davon gemacht. Remove. Ob, ja, ihr wisst schon. So, jetzt können wir gucken, ob wir auch noch den Up und Down Button anzeigen an der richtigen Stelle. Vielleicht in Abhängigkeit davon, ob es danach oder davor noch ein Item gibt. Wollen wir das so machen? Oder zeigen wir sie grundsätzlich erstmal an? Ich werfe für, wir zeigen sie mal grundsätzlich an. Ähm, Move Up, Move Down. So. Wunderbar, warum das hier jetzt abgeschnitten ist, das ist mal wieder so ein Mysterium. Visible ist definitiv nicht die richtige Herangehensweise an unserem Problem, glaube ich. Ähm, okay, aber das sieht nicht schlecht aus, grundsätzlich von der Funktionalität her. Up and Down brauchen wir noch, beziehungsweise Remove und den Apply und dann ist wenigstens mal das Frontend fertig. Dann fehlen uns noch die Settings und der ganze Gram. Aber ich denke, da kommen wir auch noch, kommen wir glaube ich auch noch ganz gut klar. Was wir im Moment noch nicht tun, ist natürlich die ganze Infoanzeigen hier, also Toms tolle Texturen. Da gibt es ja noch Description und alles Mögliche, das müsst ihr jetzt eigentlich auch noch hier irgendwo hin. Das haben wir hier noch nicht. Das wäre fast was für hier drunter, also dass man hier nochmal so eine Info macht. Wir könnten sogar so machen, dass wir nur eine der beiden Listen selektieren können, also wenn ich hier drauf klicke und anschließend hier drauf wird die hier deselektiert. Das wäre sogar eine Maßnahme. Dann hätten wir nämlich unten an zentraler Stelle die Möglichkeit auf voller Breite die Informationen anzuzeigen. Das käme jetzt nicht zu irgendwelchen Missverständnissen, weil es halt irgendwie Links- und Rechts-Infos gibt. Finde ich nicht schlecht, können wir gerne machen. Also es gibt noch so ein paar Improvements, ganz sicher, aber wir sollten uns erstmal mit den Grundfunktionalitäten auseinandersetzen. Up und Down natürlich, Remove, das funktioniert. Machen wir ein Apply noch. Add Button. Achso, den Remove haben wir denn jetzt schon implementiert? Haben wir Remove schon implementiert? Das funktioniert auch noch gar nicht, oder? Kann ja gar nicht. Ne, ist nur da. Machen wir das zuerst. Remove Button, Left Mouse, Klick. Selber Kram wie oben. Wir suchen uns erstmal den Resource Pack, der betroffen ist. Der kommt hier raus. muss hier eingefügt werden und wird hier entfernt. Die Frage ist natürlich jetzt, ob wir diese Liste vielleicht nachträglich sortieren sollten. Also, im Sinne der alphabetischen Sortierung oder sowas. Dass wir die quasi, weiß ich gar nicht, ob wir das so ohne weiteres hinkriegen, Loaded Items.sort. Ja, dadurch, dass das nur eine iList ist, funktioniert das denn? Kann ich hier einen Items reinmachen? Loaded Items. Achso, Key und Array. Nein. Geht das? Nein. Kann List das Ganze? Das kann gar nichts. Sehr schön. Wollen wir das denn? Wollen wir die Liste? Dann müssen wir das nämlich vorher machen. Also zum einen mal beim Einfügen und dann halt auch an der Stelle einfügen, wobei, dann müssen wir das Element erstmal nicht. Erstmal nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die so Bility-Kleinigkeiten, die wir früher oder später mal machen sollten, aber nicht. So, gucken, ob der Remove auch funktioniert. Yep. Das funktioniert also auch. Okay. Dann jetzt also the Apply. Apply, Button, Left-Mouse-Click. So, jetzt geht es wieder an den guten alten Asset-Manager, den holen wir nämlich aus Manager-Game-Asset-Apply-Resource-Packs und jetzt können wir eigentlich ziemlich straightforward hingehen und sagen, Active-Pack-Items. Funktioniert. Sehr gut. Ja, das war's. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Apply funktioniert zwar aktuell noch nicht, aber wir können jetzt aber wir können jetzt resource-packs reinladen, rausladen. Läuft. Läuft, 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 läuft. So. Oder? Ja. Super. So machen wir das. Dann können wir den Load-Screen mal zumachen. Den resource-pack-Ordner können wir zumachen. Asset-Components können wir mal offen lassen, weil da werden wir jetzt ein bisschen was machen. Scene-Control interessiert uns nicht mehr. Ähm. Test-Block-Definition. Hm. Wo auch immer der jetzt gerade herkommt. Dieses Control, das lassen wir mal offen. So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Jetzt müssen wir nämlich den Apply irgendwie anwenden. Das ist das Ding hier. Apply-Resource-Packs ist das, was uns jetzt dazu bringen sollte, die ganzen Ressourcen zu laden. Und das wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil das, ähm, an dem ganzen Asset-Lade-Prozess, den das Mono-Game-Framework mitbringt, ein bisschen vorbei geht. Weil was wir nämlich hier machen wollen, ist ja, ähm, an alle Komponenten, die wir haben, einerseits zu sagen, Freunde, es hat sich einiges geändert, dispose alles, was du hast, dann geht der Call wieder zurück, dann müssen die Ressourcen hier geleert werden und das, ähm, ja, das Ganze beginnt von vorne. Dann müssen wir wieder ein Load-Assets an die Komponenten schicken, damit die anfangen, ihre Ressourcen zu laden. klingt einfach, könnte aber ein bisschen komplizierter werden, dadurch, dass wir, ähm, unsere Assets ja an allen Ecken und Enden laden, unter anderem zum Beispiel in unserem Screen-Manager, das haben wir ja auch noch nicht unter Kontrolle gekriegt, hier drinnen haben wir ja irgendwo unseren eigenen Skin, das hier zum Beispiel, hier ist alles noch hard-coded, das ist ganz böse, das müssen wir noch ändern. Ähm, ja, und das Ganze passiert hier bei Load-Content, was ja eigentlich aus XNA, beziehungsweise Mono-Games nicht ja genau der richtige Ort dafür ist, aber das ist in Zukunft böse, weil wir, ähm, dort eigentlich, den ganzen Asset-Manager noch nicht geladen haben. Dort muss nämlich erstmal gar nichts passieren, das heißt, Load-Content wird ersetzt durch, ähm, den Load-Content vom Asset-Manager. Also Load-Content brauchen wir trotzdem noch, weil die ganzen Graphic-Devices und alles da sind, also das passt schon, das können wir schon da drin lassen, aber was ich sagen will ist, wir werden jetzt gleich ein Dispose-Resources und einen Reload-Resources kriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die da reinfummele. Äh, und die müssen benutzt werden, um Ressourcen zu laden und zu entladen. Und da müssen sich alle dran halten. Das führt nämlich dazu, dass wir dann auch während der Laufzeit alle Ressourcen entladen können. Also wenn irgendjemand auf die Idee kommt, neue Resource-Packs einzubringen, dann fängt das ganze Spiel an, seine Ressourcen von vorne zu laden. Und zwar alle nach dem Konzept, wie wir es implementiert haben in unserem Asset-Manager. Die große magische Frage ist jetzt, wie kriegen wir dieses Laden- und Entladen-Event hier in diese restlichen Komponenten rein? Was wir effektiv brauchen, ist eine Methode, ähnlich wie Load-Content, die da lautet Unload-Everything, ja? Unload-Content und Reload-Content. Die Frage, wie wir das machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit einem Interface machen können und dass wir dann im Asset-Manager durch die Komponenten von Game durchgehen und den entsprechenden Komponenten draußen Bescheid geben. Ich glaube, das ist sogar die schönste Lösung. Das ist die schönste Lösung von allen. Die nehme ich jetzt einfach mal, gekauft, ob es euch passt oder nicht. Und zwar die Idee ist, das war, ich mache das in Komponents mit rein, mache ein neues Interface eigentlich, Interface, iAsset, na, iAsset-Komponent, wie nennen wir das denn? Na, ich nenne es Asset-Komponent. Die Idee ist ein Interface, das alle Komponenten implementieren müssen, die mit den Assets aus dem Asset-Manager arbeiten. Das Asset-Komponent ist ein bisschen blöd, weil eigentlich unser Asset-Manager Asset-Komponent heißt. Das ist ein bisschen missverständlich. Ich nenne es Asset-Based-Komponent. Oder Related? Asset-Related-Komponent. Asset-Related-Komponent. So. So heißt das Ding. Und hier drinnen soll es zwei Methoden geben, nämlich ein Unload Assets und ein Reload Assets. Das sind die zwei Methoden, die gestartet werden, wenn sich was ändert, also wenn jemand eine Apply macht auf die veränderten Ressource-Pack-Daten, dann kommt ein Unload. Das signalisiert allen Komponenten, dass sie ihre Ressourcen, die sie bislang vom Asset-Manager bezogen haben, alle wegwerfen sollen. Und Reload Assets soll die Komponenten dazu bringen, alle Ressourcen, die sie vom Asset-Manager mal geholt haben, wiederzuholen. Und dazwischen kann dann der ganze andere Kram passieren. Okay, das Stream ist komplett weg, sagt Warfabric. Da bin ich mir jetzt eben nicht ganz sicher. Ich mache trotzdem mal ganz tapfer weiter. So. Interface für alle Komponenten, die mit Assets aus dem Asset-Manager Asset-Komponent arbeiten. So. Brechen wir das mal hübsch um an der Stelle hier irgendwo. Signalisiert das falsierte Entladen aller Assets. Signalisiert das Neuladen aller Assets. Assets. So. Ja, das heißt, wir können dieses Interface, machen wir das mal internal auch wieder, allen Komponenten geben, die Assets brauchen. Und das sind eben die zwei Methoden, die wir nutzen können, damit die auf der sicheren Seite sind, wenn es darum geht, Assets neu zu laden. Das ist mal mein Plan jetzt. Und die Asset-Komponente hier könnte jetzt im Prinzip auf Game zurückgreifen. Da haben wir ja die Komponents drinnen und die könnten wir enumerieren und gucken, welche davon die entsprechenden Interfaces implementieren. Das heißt, for each Game Komponents Komponent Da können wir sogar direkt hinten filtern. Where ne Type of Type E Resource Quatsch, was sage ich denn? E Asset-Related Komponent So, dann kriegen wir im Prinzip auch schon Komponent zurück. Ach, sehr easy. Super cool. Also, das heißt, als allererstes Reset aller Assets. Das heißt, wir sagen erstmal allen Komponenten, Freunde, da wird sich was ändern. Werft mal alles weg, was ihr habt. Komponent Punkt Unload Assets Wir könnten sogar noch ein Flag hinzufügen, der Machen wir das so? Das ist ein Property hinzufügen, das gesetzt wird, wenn es sicher ist, Daten zu laden, also im Prinzip wie der Enabled Flag, nur halt für die Assets, um zu verhindern, dass zum Beispiel die UI gemalt wird, wenn die Assets nicht geladen sind. Weil solange die Assets nicht geladen sind, ist es ein bisschen blöd, den ganzen Gramm zu laden und im Draw-Prozess immer wieder zu prüfen, ob denn die Assets gerade geladen sind oder nicht, ist eine blöde, also über einen Bool gerne, aber nicht über die Textures, also nicht, dass man dann ständig fragen muss, ist denn jetzt die Panel-Textur geladen oder nicht. Und über den Bool könnte man das irgendwie oder wir fragen den Asset-Manager. Also, dass der Asset-Manager von sich aus eine Info gibt, ob alles sicher geladen ist oder nicht. You know what I mean? Probieren wir das mal aus. Also sowas wie ein Ready-Flag. Und der Ready-Flag wird eben immer dann auf False gesetzt, wenn gerade irgendwas im Umbruch ist. Zum Beispiel am Anfang. Das heißt, der initiale Ready-Flag ist False. Das heißt, während wir hier die Ressourcen scannen, während wir den ganzen Gram anwenden, ist das Ding False. Und während es applies, setzen wir das Ding erstmal auf False. Das ist Ready-Flag. False. Das heißt, wir würden an der Stelle verhindern, dass die ganzen anderen Komponenten ihren Graben malen. Also, um es mal jetzt ganz kurz zu zeigen, wie ich mir das vorstelle. Das war halt in der Screen-Komponent. Schlechtes Beispiel. Bei der... Was haben wir denn hier eigentlich noch? Gar nichts, ne? Dann halt bei... Beim Debug-Control. So. Dann haben wir hier die Draw-Methode irgendwo. Hier Draw. Und hier haben wir eh schon die Prüfung drin. Ist Visible und ist Enabled. Wenn das beides nicht der Fall ist, dann wird nichts gemalt. Und im Prinzip würde das jetzt einfach nur erweitert werden. Da wir wissen, dass wir über den Game-Komponenten arbeiten, äh, über die Draw-Komponente arbeiten, könnten wir... Ja, schade. Ich hatte gehofft, dass wir hier relativ einfach auf diesen Asset-Manager zugreifen können. Können wir aber gar nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Asset-Komponenten, da ist sie doch. Haben wir doch alles weggespeichert. Dass wir hier quasi auf Assets.ready prüfen. Und wenn das nicht ready ist, dann wird gar nichts gemalt. Das würde dazu führen, dass in dem Prozess, in der Zeit, wo der Asset-Manager die alten Ressourcen dispost und die neuen lädt, der Screen einfach schwarz ist, im schlimmsten Fall. Oder die ganze Szene nicht gemalt werden kann, weil die Texturen nicht da sind. Aber damit können wir leben. Das würde verhindern, dass unser Spiel abschmiert, während gerade Texturen entladen werden. Und das ist ja, das ist ja das Wichtigste, dass es nicht abschmiert. Ähm, ein Screen zwischendrin auf schwarz zu haben, damit können wir, glaube ich, leben. Ähm, abschmieren wäre doof. Edelman und das ist ja das ist ja das ist ja das ist. Wir können uns zum nächsten Mal und zum nächsten Mal und